Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute mal bei meinem Abyspecial ein Versuch nicht zu lachen. And let's go. Na gut, los geht's. Level 1. Mama hat gesagt, dass ich immer mit dem Kopf gegen die Wand treffe. Das mache ich jetzt mal. Warum bist du reich? Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called she's killed. Oh my god. Oh my god. Ich hab das nicht gearbeitet. Ich hab das nicht, aber nicht zu mir. You're king to win. You're king to win, come on. Stop. Oh my god. Oh, 2 von euch. Oh my god. Oh my god. I feel like I'm going to cry dude. I feel like I'm going to cry like true. I feel like I'm going to cry. Oh my god. 7.30. That's all my life. Oh my god. Oh my god. I feel like I have no life. Oh my god. Oh my god. Ja, 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 ja. Das war's für heute. oh shit muss ich mir gerade noch das Lachen wegdrücken und jetzt kommt Heißer? Das ist heiß. Aber es ist so krass. Das ist heiß. Oh nein. Kenn ich. Oh Mann, das ist unfair. Der ist so leid. Jetzt steht da irgendwas wie in die Wand oder was? Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Das ist so schön. Oh Mann, du musst lachen wieder weg. Ich glaub, das wird nicht mehr öffnen. Oh mein Gott. Mama, ey ey! Machstikunah, machstikunah, machstikunah! Nya! Ha 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 ha! Away! Away! Hee! Oh, the pipe is going to go down here. I'm going to go down here. I'm going to go down here. I'm going to go down here. Yeah, I'm going to go down here. Oh, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Oh, oh, oh.